Jo, dann, was haben wir hier? Oh! Der muss doch down sein, ne? Ah, gut! Ah, ich liebe Reiki! Dann ballern wir jetzt erstmal schön einen rein und dann verpiss ich mich. Wäre jetzt nicht natürlich mal C4 hinballern können, aber... Ah, ja, 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 hab ich natürlich nicht dran gedacht. Oh je! Ey, so eine beschissene Gegner! Oh Gott! Oh! Peps! Oh, langweilig, langweilig, langweilig... So... Noch mal kurz hier noch... Zack! Ich hab mich da nur nicht... zu weit... zurückdrängen lassen, weil... Dann hab ich wieder das Problem, dass, äh... Hä? Oh Gott, Tee... Oh Gott, Tee, Gott, Tee... Also das müssen wir jetzt mal irgendwie kaputt gehen... Kriegen... Oh... Oh, fuck! Oh, ja, genau... Jetzt kommt noch ein ganz dicker da... Warte mal... Nicht mit mir... Oh Gott! Oh Gott! Das sind ein bisschen viele, ne? Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin... So! Bisschen Russi, bisschen Gesundheit... Und schon... Ist der Tag wieder gerettet... So, dann sehen wir uns hier noch ein bisschen... Moment, in der Mitte war doch direkt noch was, ne? Äh... Nein, ich brauch auf jeden Fall... Warte mal, da war nix drin... Hier ist noch ein bisschen Russi... Da ist noch ein bisschen live... Oh! Oh! Und da ist wieder der Mega-Wurm... Also, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier hinten mal gucken, weil... Ja, wie viele kommen denn davon? Ah, das kannst du auch vergessen... Das war's... Das war's... Das war's... Oh! Ja, Leute, das sind einfach zu viele, würde ich jetzt mal so meinen... Scheiß, die Wand an, ey! Dann gehen wir doch mal hier zwischendurch... Ah, das ist das Gute, wenn man so klein ist, ne? Oh! Scheiße, scheiße... Das war die falsche Ecke... Okay, was haben wir denn hier gefunden? Oh, das sieht doch schon mal gut aus... Oh! Okay, die Wand haben wir jetzt erst mal ab... Oh! Ja, zumindest können wir hier einfach drinnen bleiben und, äh... Oh! Oh, die können nicht rein! Das ist ja schon mal so... Können die auch nichts reinschmeißen hier, oder was? Okay, den... Den haben wir für dich... Und da ist noch der Wurm! Jo! Oh! Ja, aber gerade nachladen... Mach doch auf! Und da ist noch... Oh! Und da ist noch... Was ist noch der Wurm? Das ist noch da ist noch. immer noch ein bisschen live sehr schön irgendwo ist jetzt noch was oder wo jetzt gibt es noch irgendwo wieder so ein beschissenes Ding hier aber wo ich mag es überhaupt nicht da ok na na wo bist du du scheiß Ding da voll blöd ey das ist gemein ich kann das nicht so dann mach mich nochmal voll und diese Kisten die sind echt toll die sind toll das haben wir echt gut gemacht jetzt komm schon oh das gibt's doch nicht mehr oh ja sehr schön genau über uns und zack und Wo 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 wir whan Komm sag mal wohl Na? Ja wo ist denn das Vieh? Ja wo ist es denn? Oh da oben oder was oder wo? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung oder Oh Minigang a.. Minigun Action Minigun Action Oder? was halten die denn aus oder sind das mehr ich weiß nicht wo das ist ok jetzt machen wir hier noch mal die hütte voll ich weiß nicht ob da noch irgendwo welche rumlaufen gehen wir mal hier raus oder oh da ist noch einer oh mein Gott easy easy oh da hat es wieder plätsch gemacht oh ok ok ne warte mal okay das ist jetzt aber irgendwie gerade ein bisschen blöd so arschloch arschloch vieh ja ganz schön gemätzt mein gott aber diese fetten die waren auch mein lieber mann lieber ja ihr sangsverein ok 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 jetzt können wir hier noch ein bisschen was einsammeln denke ich mal nehmen wir gleich mal wieder die richtige knarre noch ein bisschen russi zack da haben wir dann auch wieder 100 und die war ein apparat hier ja das ist wieder eine richtige stelle hier auch gott für große große monster der penner hat erst mal ab du dummes arschloch du dummes arschloch der wixer oder mit jetzt gar nicht gerechnet der weicht die ganze zeit aus bist du eigentlich bescheuert oder was ich glaube das wird nichts das wird nichts da müssen wir uns erstmal noch ein paar raketen holen aber dieser wurm dieser wurm jetzt reicht aber herr wurm jetzt komm her du arschloch habe ich arschloch gesagt ja ja guck mal der schiedet hier leckst du schon wieder rum solchen grund auch immer gut die gegner werden immer immer fetter immer mehr und immer noch ein bisschen russi die nehmen wir noch mit da haben wir wieder voll dann lass mich raten wir müssen da hinten rein ja denke mal hier ist gleich wieder party angesagt deswegen werde ich jetzt mal cut machen und ja danke fürs zusehen mal wieder wir sehen uns dann gleich im nächsten fahrt wieder ciao